Herakle aus der Ältere war der Vater des byzantinischen Kaisers Herakleus. Er war vermutlich gebürtiger Armenier und der erste nachgewiesene Angehörige der herakleischen Dynastie, die mit der Ermordung des Tiberius, des sechsjährigen Sohnes Justinians II, 711 ihr Ende fand. Herakle aus der Ältere diente als General unter Maurikius und kämpfte erfolgreich unter dem General Philipp Ikos an der byzantinischen Ostgrenze gegen die Pesah, wo er unter anderem als Heermeister fungierte. 587 übernahm er für einige Zeit das Kommando über die dort stationierten Truppen und stellte die Disziplin im Heer wieder her. 589 besiegte er ein persisches Heer in der Nähe von Nisibes. Anschließend wurde er um 595 zum Magister Militum per Arminie menant. Einige Zeit später, wohl noch unter Maurikius, vielleicht aber auch erst unter Phokas, der Maurikius 602 gestürzt hatte, wurde Herakle aus Exarch von Afrika. Als oppositionelle Kreise aus der Hauptstadt Konstantinopel Kontakt zu ihm aufnahmen, sie waren mit der als tyrannisch beschriebenen Herrschaft von Kaiser Phokas unzufrieden. Entsandte er seinen Sohn ebenfalls mit Namen Herakle aus nach Konstantinopel, während Naikitas ein Verwandter des Exarchen Ägypten besetzte. Bald nach dem Sturz des Phokas verstarb Herakle aus der Ältere in Kartago. Verwandter des Exarchen Ägypten